Musik Die Welt der Märchen, Sagen, Fantasien, Illusionen, Artistik und Gaukler erwartete kleine und große Besucher im Schlosspark Reboswinkel beim Märchen- und Sagenspektakel. Wir haben ein sehr reichhaltiges Programm, angefangen von unseren garstigen Henker bis zu unseren Landsknechte. Das sagenhafte Ritterturnier, jetzt im Hintergrund läuft gerade William, der Jongleur. Wir haben ein großes Marionettentheater, wir haben unsere Landsknechte, die sich für euch prügeln. Ja, jede Menge. Also die Händler, das ist prinzipiell auch hauptberuflich, was die machen. Wir haben teils Semiprofis bei den Künstlern, aber auch natürlich absolute Profis bei den Künstlern. Musik 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 Highlight des Festes war das Ritterturnier, wo in verschiedenen Disziplinen um die Hand der Prinzessin gekämpft wurde. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020